So, und hau rein. So, nehm ich ab. Versuch jetzt mal da drüber zu springen. Oh, ist das scheiße laut ey. Diese epische Abkürzung hier ey. Oh, nicht schaff ich das. Okay. Ja, das sieht schon mal gut an. Oh, bin ich drüber? Nee. Du hast aber grad nicht die Maus bewegt. Ja, muss ich auch nicht, aber bei PC ist das wie gesagt immer so ne Sender. Oh ey, grad hast es da hingekriegt. Ja. Ja, na also. Epsche Abkürzung. So. So. Also schon die Hälfte des Kapels übersprungen. Ja. So scheiße laut ey. Ja. Wie immer über die, durch die Schächte und so. Und wie immer nach oben? Ja. Geht's in dem Spiel eigentlich auch mal nach unten? Äh. Also wenn du auf dem Fahrstuhl stehst. In dem Kapitel dann fällt der runter. Im letzten Kapitel musst du ja auch wieder nach oben. Irgendwie in so ein Gebäude oder nicht? Hat jemand nein gesagt? Hast du das gehört? Ja, jetzt hier Merck aber. Nein davor. Also bist du durch? Hat einer nein gesagt. Keine Ahnung. Bolo Käse. Ja. Dirk. Ha. Maskottin kitchen ey. Das ist so geil, ne? Und schaffst du im ersten? Ja. Ja. Wie auch nicht. Weil du ja nicht gestaffst hast. Ja, das kann gut sein. Dirk. Und das ist wieder der unnütze Handschuh ey. Das regt mich immer auf. Wieso ist so ein Runner's Vision Handschuh? Da hast du ihre Psychkräfte drin und da habe ich ja kennst alle Runner's Visions. Hast du eigentlich im Park gesehen mit Bloody Tears? Ja. Das ist richtig geil ey. Das Movie Maker ist halt so ein Spasti-Programm. Da kommt man das nicht. Da kommt man nur bis zum Ende laufen lassen. Also das kommt man nur an eine Stelle auch einfügen. Achso. Und dann bis zum Ende laufen lassen. Ich konnte es nicht benutzen. Das ist richtig gay. Ich finde das Movie Maker halt. Aber. Melvin ey freut sich das, wenn du das Movie Maker denkst. Ja, er freut sich für jemand besonderes. Aber. Aber? Keine Ahnung. Kann ich wohl nicht sagen. Jetzt sag's mal. Und das ist voll der hässlich ey. Wo die anpackt. Und das glaubst du auch nicht so ständig. Nicht weil die gefallen ist. Ja vor allem wie viel Meter sind das? Der Typ ist bestimmt so 2 Meter groß. Okay der ist nicht größer als du. Und vor allem guck mal jetzt ist er stärker als du. Also du bist stärker als er. So. In die Klöten. Soll man das lassen oder wegdrücken? Ja lassen sie mal. Du solltest schnell reden. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Der kackt jetzt ab. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin! Lach! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmer mich nicht auf die Politik. Wer Kopf erlege ich? Nein, ich. Hat jemand noch andere. Wien? Einen Kofi. Gib mal Hammer. Boah, ist der fette Typ. Achterbar. Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. 45. Wenn du mich nimmst bist du Matsch. Vor allem so jemanden hoch zu heben. Na komm. Wieso ist das rot? Wieso? Du musst ja noch runter. Sollen wir mal ausprobieren? Ja klar, versuch drauf zu landen und überlebst du. Ehrlich? Nein. Oh jetzt hier wieder die ewigen Bullen. Boah, das ist immer so grill. Die man einfach umrennen kann. Warum rennen die weg? Warum bleiben die nicht da? Oh. Na gut, die rennen aus dem Fahrschlub, wollen sie sich sehen und dann verteilen sie sich. Das ist der Mann hier. Das ist der Mann. Das dümmste der Welt ist, dass sie nicht wieder in Fahrschlub reingehen. Die gammeln dann nach... Guck mal jetzt wozu schon. Sie sind ja sehr kompetent, diese Polizisten. Wollen sie hier perfekt abrollen. Boah. Ja. Da sieht man schon wieder die Skills hier. Aber wieso das sag ich so richtig? Weil hier kürzer ist. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Boah. Boah, schöne Farben in der Kombination, ne? So türkis, rot, weiß, blau. Hell, hell, hell. Ist das der? Ja, der Part, der ist gleich noch richtig geil, finde ich. Mit der U, Mann. Ja, gleich muss ich wieder kämpfen, ey. Da kann ja wieder was werden. Ja, das ist aber der aber einfach. Vor allem, du kennst dich gegen vier oder so schwer gepanzerte mit Shotgun ausgerüstete Polizisten. Und du gewinnst natürlich, ne? Obwohl du keinem ausgerüstet hast und eine Frau bist. Tja. Nimm mal hier, der will den Grabel wieder. Nimm mal diese Wiener Maschinen da. Ja. Wenn du das Spiel durch hast und irgendwie die Specials oder so anguckst, da beim Art-Concept sieht man ja, dass Faith eigentlich auch von Anfang an eine Waffe haben sollte, eine eigene. Ja. Haben die dann aber rausgemacht. Was denn für eine Waffe? Eine ganz normale Pistole. Sollte die immer bei sich tragen, damit man die einsetzen kann. Aber haben sie am Ende... Das ist ja ungay gewesen. Haben sie am Ende rausgemacht. Jetzt hier... Haben sie lieber noch ein paar Gegner für einen gebaut, ne? Klar. Mit der 1 AKI. Boah, lag das denn so krass. Soll ich einfach weiterlaufen wieder, oder? Ich glaube, das geht hier nicht. Boah, das tut bestimmt... Aber hat der Kopfhörer drin? Hört so ein bisschen Musik nebenbei. Gott, da... Was für Lappen das sind. Du bist dann nur ein... Ich bin so eine Frau. Du rennst da hin und... Tötest die? Können so, äh... Ähm... Mirror's Edge Online Mode. Auch so Deathmatch und sowas. Das wird auch geil. Brauchst du auch doch noch. Das zieht dir so derbe viel ab mit dem Schlagen. Warum zieht ihr Schlagen mehr ab? Als Kugeln. Du musst du warten. Jetzt. Also, wenn der vorbei ist jetzt. Ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. Schlagen zieht immer mehr als schießen. Ja, Halo. Du hast gerade gesehen. Ja, Halo Reach. Ja. Ein Schlagen, du bist tot, aber 10.000 Mal schießen. Simon Kretschmann ist ein sehr sympathischer Gewinner. Hä, Fail. Nein. Anderer Weg einfach nur. Kommt auf das Selbiene raus. So, wenn ich so intensiv spiele das Spiel nicht. Ich renne da durch, wo es ein Rot ist und fertig ist. Oh, epische Run. Epischen Run hast du jetzt drauf. Ist das eine Schildkultur oder so? Bin ich schon gestorben? Nee, ne? Ne. Ja, lad, komm, hoffentlich nicht mehr. Selbst bei dem Zau nicht. Das ist Weltwunder, ey. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Oh, ey, diese Farben. Mehr laden noch ein bisschen länger. Das zackt richtig hart, ey. Ich glaub, du bist tot. Ach. Ja, doch. Klar, du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. Da sind hier Bullen, aber gegen die feite ich natürlich nicht. Wie man mich kennt. Oh, tot. Da überlebst du es nicht. Doch, überlebt er. Doch, doch, doch. Überlebe ich. Wenn ich Glück habe, läuft er jetzt genau da rein, der Bull, aber tut er nicht. Schade. Dann würde man mit der Kompetenz auch erwarten. Boah, halt dein Maul, ey. Ne, ne, ne. Hier lang, ne? Ja, klar. Jetzt ist es am Lauf und... Puh. Und jetzt... Ne, da muss. Doch, irgendwann. Scheide, dass man nicht so von dem Ventilabtrick zersäbelt wird, wenn man durchspringt. Was war das denn? War das nicht unnötig, dieser Wandstamm. Ja, das ist eine Leiter, aber wieso soll ich die Leiter benutzen? Ach so, ich hab nicht... Ja, aber du... Du dachtest, du wärst einfach auf der selben Ebene geblieben. Ja. Ja. Das Bild ist gleich schon zu Ende. Ja, was so neu ist, da bin ich hier nicht dran. Kopfschuhgefäße. Nimm den Zug. Oh. Umdrehen. Gut, dass ich mich nicht abgerollt habe, ey. Umdrehen. Ja, hab ich doch. Also... Ja, tatsächlich. Nicht so vorteilhaft geworden jetzt für dich. Ich würd' ein bisschen weiter nach vorne gehen, ich hab das Gefühl, du fällst gleich runter. Ach. Jetzt kommen hier, glaub ich, sogar noch ein paar Innenseilbahnen. Warte, wo stehe ich jetzt genau hier? Junge, dreh ich um nicht so. Ja, passt schon. Ich bin doch nicht direkt tot. Ich muss 15 Mal getroffen werden, hab ich nicht tot. Ja. Ich glaub, das wird eigentlich, wenn du bleibst stehen, wirst du von so ner Stange weggerissen, ey. Wow. Oder dagegen, dann wär man doch tot, oder nicht? Eigentlich ja, ne? Vor allem, wie gehst du da durch? Würdest du nicht dagegen klatschen und hängen bleiben? Tja. Oh, Fraschklopfen. Schön, wie hell ich springe. Tot. Oh Gott. Ach, halt dein Mord, ey. Also Crash, hier ist der Hand und dann sterben alle und du willst die einfach runterlassen. Ich werde mich anfangen, jetzt nicht schon rein. Vorbei. Ja? Ja. Nice. Okay, dann bin ich jetzt dran. Jo.